Hallihallo zusammen, mein Name ist Christina Dietrich, ich habe in Leipzig das Pilates und Bar Workout Studio Die Pilatisten und ich habe euch heute ein kleines Schulter-Workout mitgebracht. So, lasst uns kleine Armbögen starten. Also linker Arm zum Ohr, rechter Richtung Becken mit dem Einatmen, treffen sich beide Arme mit dem Ausatmen, ziehst du in die Gegenrichtung. Fühle wie die Gewichte die Bewegung verstärken und achte mal drauf, dass der Arm, der Richtung Ohrenspitze zieht, lang bleiben darf. Wenn du zu Hause merkst, es wird sehr fordernd mit den Gewichten, könntest du zum Beispiel auch den halben Weg nehmen, die Fingerspitzen auf die Schultergelenke legen. Ansonsten sind das jetzt sympathische Kreise des Oberarmes in der Schulterpfanne. Spüre die Gleitbewegung im Gelenk, kannst du gerne helfend in den Boden drücken und spüre, dass es nicht nur die Po-Muskeln sind, die dir hier in die Hüftstreckung helfen. Du ziehst die Sitzknochen aufeinander zu, die Bauchdecke zieht intensiv ran an die Lände und ich könnte jetzt eine Tasse Tee auf den unteren Rücken stellen, die würde nicht umkippen. Spüre die Gleitbewegung.